Skrittla Frostickis Horme heißt diese wunderhübsche und große siebenjährige Rapsstudio und sie ist ein Verkaufswert von The Horse Seller. Stockmaß hat sie rund 1,43 Meter, ein wirklich großes, stabiles Pferd und sie ist ganz, ganz cool und super neugierig und sie hat das The Horse Seller Safety nur nicht bekommen, weil ihre Rittigkeit noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Sie ist noch wenig geritten und das auch tatsächlich nicht besonders gut. Dafür konnten wir sie zu einem wirklich günstigen Preis einkaufen, den wir hier wunderbar an euch weitergeben können, jedenfalls solange sie noch hier auf Island ist. Wenn wir dann selber sie trainiert haben, sieht das natürlich anders aus, denn dieses Pferd hat sehr viel Potenzial, gute Möglichkeiten auch vom Gang her, vom ganzen Gebäude, sehr, sehr gute Reitpferdepoints und sie ist halt super cool, hat einen tollen Charakter und macht das alles hier richtig gut mit, was wir sie gefragt haben. Es gab ein Video noch auf der Ovalbahn, das leider aber mit dem Film nicht geklappt hat, daher heute nur ein Video hier in der Halle, aber hier kann man sie in allen vier Gangarten sehen. Ich denke, sie wird auch Pass haben, aber da sind wir noch weit entfernt, das zu trainieren. Erstmal müssen wir an der Rittigkeit arbeiten und denke ich aber das wird schnell gehen. Dieses Pferd hat, wie gesagt, sehr viele gute Reitpferdepoints und diesen super Charakter und sie wird ganz schnell lernen, wie das so alles funktioniert und dass zwei und zwei tatsächlich vier ist und nicht drei oder fünf. Und sie wird sicherlich jedem sehr viel Freude bereiten, der Lust hat, sein Pferd etwas noch selber auszubilden oder selber das Pferd zu fordern und zu fördern. Und hier sieht man auch schon im Tölter, ehes Potenzial da bei diesem Pferd auch weiter zu kommen, als ein Ausreitpferd zu sein. Da kann man bestimmt noch die eine oder andere Sache mit ihr in Richtung Turniersport üben. Und wenn euch die Skrittler genauso gut gefällt wie uns, dann meldet euch die Daten dazu. Die findet ihr hinten im Video und wenn ihr bei YouTube schaut und einfach unter der Überschrift das Wörtchen mehr wegklickt, dann seht ihr auch da noch mal die Beschreibung. Da ist dann meine Handynummer drin, da könnt ihr WhatsApp schreiben oder mich persönlich anrufen oder eine E-Mail schreiben. Gerne sonst auch über www.thehorseseller.com einen Beratungstermin oder auch einen Probetermin vereinbaren. Ja und wenn euch das Video gefällt, dann freuen wir uns über ein Like, lasst einen netten Kommentar da. Wir freuen uns immer mit euch zu kommunizieren. Und hier seht ihr auch noch mal, wie cool sie ist, die Maus hier mit diesem schleuderigen riesen Pilonen. Das macht sie echt total cool. Der knallt da ganz schön auf dem Boden und da ist sie völlig entspannt. Also ein Pferd, was sicherlich zeitnah bei weiterem Training das Safe-Siegel bekommen wird. Wenn ihr unserem Kanal noch nicht folgt auf YouTube, dann tut das gerne. Drückt die Glocke weg, damit ihr immer informiert seid, wenn wir ein neues Video posten und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und vielleicht hören oder sehen wir uns bald zusammen mit Skrittler.